Edgar Wallace Der Fall Freddie Vane Gelesen von Jan Kurka Johnny Crew, der mehr Geld als Verstand besaß, wollte Theaterdirektor werden. Er war nämlich in Miss Diane Donald verliebt, eine Schauspielerin, die bis jetzt nur kleine Rollen gespielt hatte. Die Großen studierte sie nur, um einzuspringen, wenn die Hauptschauspielerin erkrankte. Aber bisher hatte sie in der Beziehung wenig oder gar kein Glück gehabt. Diane sah der berühmten Schauspielerin Alan Vane so ähnlich, dass sie oft mit ihr verwechselt wurde. Sie hatte dasselbe Haar, dieselbe Gestalt, sogar dieselbe Stimme. Und sie hatte zweifellos sehr schöne Beine, da sie immer in den Besprechungen der Kritiker erwähnt wurden, wenn sie einmal auftrat. Johnny Crew ärgerte sich natürlich darüber, dass dergleichen überhaupt in die Zeitungen gesetzt wurde. Andererseits verhielt er sich sehr vernünftig, denn er war mit ihrer Theaterlaufbahn einverstanden und hatte einen unerschütterlichen Glauben an ihren endgültigen Erfolg, den er fast noch mehr herbeisehnte als sie selbst. Er hätte sie ohne weiteres heiraten können, denn er war verhältnismäßig wohlhabend. Aber Diane Donald sollte vor allem Gelegenheit haben, ihr Talent zu zeigen und unter diesen Umständen war eine Heirat natürlich ausgeschlossen. Das hätte ihre Stellung bei der Bühne sofort erschüttert, die sie sich mit so viel Mühe aufgebaut hatte. Und gerade jetzt schien sie so weit zu sein, dass der endgültige Erfolg nicht mehr lange ausbleiben konnte. Elena pflegte abfällige Bemerkungen über eine eventuelle Heirat Diannes zu machen. Miss Donald lernte sie erst persönlich kennen, als Elena schon über ihre erste Blütezeit hinaus war und sich scharfe Linien um ihre Mundwinkel zu ziehen begannen. Aber für Diane blieb sie immer noch die schönste Frau auf der Welt und das Publikum dachte ebenso. Solange Elena im Elko-Theater auftrat, war das Haus ausverkauft und die Leute standen in langen Schlangen vor der Theaterkasse. Sie hatte mehr Operetten gerettet und mehr mittelmäßige Musik populär gemacht als irgendeine andere Sängerin, denn sie war eine bezaubernde Persönlichkeit und besaß eine fabelhafte Stimme. Sie gehörte zu den wenigen Sängerinnen, die tatsächlich auch ein hinreißend schauspielerisches Talent haben. Nur wenige Leute nannten sie mit ihrem Familiennamen. Für die große Menge blieb sie immer Elena und so wurde sie auch auf den Ankündigungsplakaten und auf den Programmen genannt. Heiraten ist eine der größten Dummheiten, die eine Bühnenkünstlerin begehen kann, sagte sie zu Diane und lachte bitter. Es ist auf der einen Seite ja schön, aber auf der anderen kann es auch sehr traurig sein. Glaube mir, Diane, es ist besser, du bist unverheiratet, spielst Nebenrollen und trittst nur als Ersatz für die ersten Kräfte auf. Dabei fährst du viel besser, als wenn du ein verheirateter Star wärst. Mit etwas Aufmachung und Reklame bekommst du bald einen großen Namen und kannst mit 300 Pfund Wochengage rechnen, statt mit den sechs, die du jetzt beziehst. Miss Forcient kommt heute nicht zur Aufführung, sagte Diane. Elena war bereits davon unterrichtet. Ich weiß, sie ist heute Abend von Freddy zum Diner eingeladen. Er sagte zwar, er ginge zu seinem Club, aber in Wirklichkeit hat er sich mit Elsa verabredet. Freddy, Alanas Mann, war groß, stattlich und stark und sah sehr gut aus. Seine Liebesabenteuer waren in ganz London bekannt. Er war ein Hilfsregisseur, als Elena ihn entdeckte und spielte in einem drittklassigen Stück, das erst sie durch ihr Auftreten zu einem erstklassigen Erfolg machte. Damals bezog er kein größeres Gehalt als Diane jetzt. Elena verliebte sich in ihn und kurz darauf heirateten sie. Als Freddy das erreicht hatte, arbeitete er nicht mehr und es schien seine einzige weitere Lebensbeschäftigung zu sein, junge Damen zum Diner einzuladen. Zuerst nur Choristinnen, später auch Schauspielerinnen und schließlich die schöne Elsa, die trotz ihrer strahlend blauen Augen sehr berechnend und egoistisch war. All das ereignete sich vor dem großen Bruch zwischen Elena und ihrem Gatten und es war bezeichnend für sie, dass sie bis zum letzten Abend spielte, solange das Stück noch blieb. Dann trat sie lächelnd an die Rampe und hielt eine kleine Abschiedsrede, bevor der Vorhang fiel. Nur wenige Leute kannten den eigentlichen Grund. Elena war die Eigentümerin des Theaters gewesen, hatte aber bei ihrer Verheiratung ihre Anteile Freddy überschrieben. Noch viel weniger Leute wussten von dem Auftritt in ihrer Garderobe, der sich zwischen beiden abspielte und bei dem Freddy sehr offen und rücksichtslos sprach. Wenn du dich von mir scheiden lassen willst, gut, aber es ist doch direkt kindisch, deine Anteile am Theater von mir zurückzuverlangen. Du hast mich beschwindelt. Elena zitterte, aber nicht nur Wut hatte sie in solche Erregung gebracht. Er lachte. Aber mein Schatz, du hast mir doch die Anteilsscheine überschrieben, daran lässt sich jetzt nichts mehr ändern. Es hat keinen Zweck, dass du wütend wirst und auf mich schimpfst. Wenn du dich scheiden lassen willst, bin ich bereit, dir eine größere Rente zu zahlen. Wenn du nicht willst, kann ich auch nichts machen. Sie zeigte nur auf die Tür, denn sie war zu aufgeregt, um sprechen zu können. So verließ Elena das Theater. An ihrer Stelle zog Elsa vollständig ein und mit ihr ein neuer Spielplan. Zuerst gab es einen kolossalen Misserfolg, dann noch einen und schließlich nur einen halben Erfolg. Der sonst so strahlende Freddy machte ein nachdenkliches Gesicht und tiefe Falten gruben sich in seine hübschen Züge ein. Die Art Stücke, die wir jetzt aufführen, ist nicht die richtige, sagte Freddy. Wir müssen wieder solche Operetten nehmen wie zu Alanas Zeit. Dazu gehört aber vor allem auch eine Elena, entgegnete Dowell. Ach, was Elena konnte, kann Elsa im Schlaf. Freddy sprach auffallend laut, aber der Regisseur schüttelte nur den Kopf. Er ließ sich nichts vormachen. Wenn sie obendrein noch einschläft, wird das Publikum überhaupt nicht mehr klatschen. Zum mindesten kann man doch von einer Schauspielerin verlangen, dass sie die Augen offen hat, wenn sie auf der Bühne erscheint. Außerdem waren das große Ausstattungsstücke, die viel Geld gekostet haben. Die letzten Worte betonte er besonders, denn er wusste, dass Freddys Finanzlage seit den Misserfolgen Elsas nicht mehr erstklassig war. Kümmern Sie sich nur um das Ensemble und um Ihr Spiel. Das Geld beschaffe ich schon. Aber wenn er auch zuversichtlich sprach und sich dabei in die Brust warf, konnte er doch seine inneren Zweifel nicht übertönen. Das Theater war jetzt eine schwere Last für ihn geworden, denn er hatte die beiden ersten Stücke, die durchgefallen waren, selbst finanziert. Für das dritte hatte er schon einen Geldmann gebraucht und dessen Mittel für den Zweck vollständig erschöpft. Aber es gab ja so viele Menschen mit negativen Verstande auf der Welt. Fast jede Minute wurde einer geboren. Freddy suchte lange vergeblich, aber eines Abends fand er schließlich den Dummen in einem eleganten jungen Mann, der vor der Bühnentür auf eine Dame wartete. Die Proben zu der Operette Herz in Flammen blieben eine qualvolle Erinnerung für alle, die daran teilnahmen. Der Text war unglaublich schlecht, die Musik hatte ein junger Aristokrat geschrieben. Dowell, der alte Zyniker, erklärte jedem, der es wissen wollte, dass Freddy eine große Summe von dem Komponisten erhalten hatte, nur damit er sein Stück aufführte. Die Tanzgirls mussten schwer arbeiten und waren schließlich auch so weit gedrillt, dass sie vor dem Publikum erscheinen konnten. Elsa bestand darauf, dass die Texte ihrer Lieder geändert wurden und das nicht einmal, sondern mehrmals. Ihre Aussprache war nicht ganz korrekt, aber sie beanspruchte selbstverständlich die besten Chansons für sich. Sie duldete außerdem nicht, dass noch andere hübsche Schauspielerinnen in dem Stück auftraten. Sie wollte allein die Bühne beherrschen. Zweimal musste ein neuer Partner für sie engagiert werden. Der erste war ihr zu groß, sodass sie sich zu klein neben ihm vorkam und der zweite hatte eine so gute Stimme, dass sie sich im Gesang ihm gegenüber nicht behaupten konnte. Manchmal kam sie tagelang nicht zur Probe. Ich bin jetzt mit dem Studium von Elsas Rolle vollkommen fertig, sagte Diane, als sie in einer Pause zwischen den Proben mit Johnny im Carlton Tee trank. Ach, es ist augenblicklich furchtbar bei uns. Das Stück ist einfach entsetzlich. Der arme Mr. Dowell sitzt bei den Proben in seiner Loge und schaut düster auf uns herunter. Freddy scheint sich um nichts zu kümmern. Vorige Woche noch schien er sehr bedrückt zu sein, aber jetzt hält er es nicht einmal für nötig, zu den Proben zu kommen. Johnny rückte unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Er war ein energischer junger Mann von 30 Jahren. So, erwiderte er verlegen. Das ist mir allerdings neu. Er schien doch noch auf einen sicheren Erfolg zu rechnen, als ich letzten Montag mit ihm zum Mittag speiste. Sie sah ihn ungläubig an. Du hast mit Freddy gegessen? Das hast du mir ja noch gar nicht erzählt. Johnny geriet noch mehr in Verwirrung, denn er wollte ihr im Augenblick auch nicht sagen, dass ihn dieses Essen viel Geld gekostet hatte. Er war nämlich der Dumme, den Freddy gesucht hatte. Was hast du eigentlich heute Morgen in der Baker Street gemacht? Fragte er, um sie auf ein anderes Thema zu bringen. Sie schaute ihn erstaunt an. Ich war überhaupt nicht in der Baker Street. Wie kommst du denn darauf? Aber ich habe dich bestimmt gesehen. Nein, erwiderte er verblüfft. Ich war mit Joe Carteris zusammen. Du bist in einem Auto an uns vorübergefahren. Ich winkte dir noch mit der Hand und du winktest zurück. Sie schüttelte den Kopf. Ich bin schon seit langer Zeit nicht mehr weiter nördlich als bis zur Oxford Street gekommen. Aber es ist merkwürdig. Eine der Choristinnen sagte auch, dass sie mich am vorigen Sonntag im Hyde Park gesehen hätte. Und du weißt doch, dass ich niemals am Sonntag dorthin gehen würde. Wenn Elena in England wäre, könnte man sich das ja alles sofort erklären. Früher wurden wir oft genug verwechselt. Wo ist sie denn? In Chicago. Ich bekam noch vor ein paar Tagen einen Brief von ihr. Es stand aber eigentlich nicht viel drin. Sie bat mich nur, ihr mitzuteilen, wie es dem Theater ginge, und gab mir eine Adresse weiter westlich an, wohin ich meine Antwort schicken sollte. Du glaubst nicht, wie sehr Elsa sie hasst. Sie verlangt durchaus die Scheidung, um sich mit Freddy verheiraten zu können. Aber ich bin sicher, dass Elena niemals einwilligen wird. Die Zeitungen schreiben immer noch über sie. Und welch ein großer Erfolg sie für das Elko-Theater war. Alle bedauern aufs Tiefste, dass sie nicht mehr in London auftritt. Elsa war ganz wild, als sie den letzten Artikel las. Und ich fürchte, wenn erst die Kritikerin über Herz in Flammen herauskommen, kann man es überhaupt nicht mehr mit ihr aushalten. Johnny Crew sah verstimmt aus, aber sie verstand nicht, warum. Es kommt nicht darauf an, Liebling, sagte sie. Wenn das Stück in die Binsen geht, dann soll es eben in die Binsen gehen. Allmählich gebe ich meine Träume auf Bühnenerfolg auf und wir heiraten. Johnny holte Tiefatem. Ja, erwiderte er dann, jedoch lange nicht so begeistert, wie sie erwartet hatte. Schließlich kam die letzte Probe. Der Regisseur saß zusammengesunken in seinem Lehnsessel und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Die Girls, die gerade einen Tanz auf der Bühne aufführten, sahen ängstlich und verstört zu ihm hinüber. Die wenigen Hauptdarsteller standen an einer Kulisse in der Nähe des Proszeniums und beobachteten melancholisch den Fortgang des Stücks. Sie waren müde und erschöpft. Die Kostümprobe dauerte am Sonntag von 10 Uhr vormittags bis gegen Mitternacht und dann mussten die Choristinnen noch in ihre Trainingsanzüge schlüpfen und die Schauspieler sich umziehen. Es war jetzt 4 Uhr morgens. Das große Theater war vollständig kalt und eisig und es zog empfindlich. Nur Mr. Dowell schwitzte, aber aus Angst. Er griff nach dem Zigarrenstummel, den er auf einen Aschenbecher gelegt hatte, steckte ihn wieder an und rauchte missvergnügt. Eine schreckliche Gesellschaft, redete er seine Schar an. Nicht einer von ihnen versteht aus seiner Rolle etwas herauszuholen. Die ganze Sache hat überhaupt keinen Zweck und die Girls einfach Blech. Jetzt geht die Geschichte schlechter als zu Anfang. Niemand hört auf mich, was ich sage. Jeder pflanzt sich auf der Bühne hin, wie es ihm passt. Und dann geht das Geschnatter los, als ob eine ganze Herde von Gänsen versammelt wäre. Und morgen ist die Uraufführung. Ach nein, heute Abend. Na schön, sie können nach Hause gehen. Aber heute Abend sind alle pünktlich um halb sechs im Theater. Hauptdarsteller, Girls, überhaupt das ganze Personal. Gespielt wird auf jeden Fall. Gott steh uns bei. Wenn wir die Sache hinausschieben, wird es nur noch schlimmer. Also los. Er wünschte die ganze Bande zum Teufel. Chor und Schauspieler räumten geräuschvoll die Bühne, während er seinen Assistenten zu sich rief. Kein Kostüm sitzt, die Schuhe sind zum großen Teil noch nicht geliefert, das Orchester spielt zum Steinerweichen und die Bühnenarbeiter scheinen alle Tinte gesoffen zu haben. Keiner weiß, wo er anpacken soll. Es ist unerhört. 25 Minuten brauchte die Gesellschaft, um sich von einem Akt zum anderen umzuziehen. Wenn das heute Abend so geht, dann gibt es noch einen Aufruhr im Publikum. Zwei Damen kamen auf Mr. Dowell zu. Elsa Forshend trat mit einer Mine näher, als ob ihr das ganze Theater gehörte. Sie war nicht gerade sehr groß, aber reichlich parfümiert. An ihren Händen glänzten zahlreiche Brillantringe. »Also hören Sie, Dowell«, begann sie hochnäsig, »ich kann heute Abend nicht auftreten, ich bin nicht bei Stimme und mit meinen Nerven vollständig am Ende.« Diane, die als Ersatz die Hauptrolle einstudiert hatte, wäre gern von dieser Besprechung fortgeblieben, aber es war ihr befohlen worden, zu erscheinen. Mr. Dowell sah die Primadonna kühl an. Sie war schön, selbst ihre schlimmsten Feinde konnten das nicht bestreiten. Ihre Gestalt wurde von ihren Anhängern als göttlich beschrieben. Auch das wollte der Regisseur noch gelten lassen, aber er allein kannte die kalte Berechnung und Tücke, die sich hinter ihren tiefen blauen Augen und ihren verlockend roten Lippen verbargen. »Dass Sie nervös sind, glaube ich Ihnen. Dass Sie Angst haben, auch. Sicher haben Sie irgendwo ein ärztliches Attest im Strumpf und heute Abend ist die Uraufführung.« Er stellte diese Tatsache ruhig und gelassen fest. »Was schlagen Sie denn nun vor? Sollen wir das Stück auf einen Monat verschieben und mit der ganzen Theatergesellschaft nach Monte Carlo reisen, damit Sie dort in dem schönen Klima Ihre Stimme wiederfinden?« »Sie brauchen nicht so sarkastisch zu sein, Dowell«, erwiderte sie in schrillem Diskant. »Soll ich Ihnen einmal etwas sagen?« Der Regisseur steckte die Daumen in die Achsellöcher seiner Weste und betrachtete sie von oben bis unten. »Wenn Sie Elena wären, würde mir vor Wut das Schaum vom Munde stehen und ich würde mich in Krämpfen auf dem Boden winden. Ja, Elena zählte. Aber bei Ihnen lohnt sich das nicht. Sie haben eine Rolle in dem Stück und spielen sie schlecht und recht herunter. Sie tanzen ganz nett und sie singen auch halbwegs. Ihre Anbeter werden sagen, enttückend und wundervoll. Und die Leute, die sich nichts aus Ihnen machen, werden erklären, dass sie besser etwas anderes täten, als das Publikum von der Bühne aus zu langweilen. Das Stück ist an sich schon eine absolute Niete, die sie nicht retten können. Elena hätte das fertiggebracht. Als ihr junger Freund seine Gunst ihnen zuwandte, hat er die beste Schauspielerin verloren, die es überhaupt auf der Welt gab. Sie kochte vor Empörung. Dowell ließ ihren Zornes Ausbruch über sich ergehen, ohne hinzuhören. Diane schlich sich unterdessen unbemerkt fort. Ich würde an Ihrer Stelle nicht so schrecklich schreien. Ich denke, Sie müssen Ihre Stimme schonen. Sagen Sie es lieber durch Blumen, höhnte er schließlich. Freddy erwartete sie draußen beim Bühneneingang und war verhältnismäßig gut gelaunt. Er lauschte geduldig ihrem langen, entrüsteten Vortrag, ohne etwas dazu zu sagen. Er hat mich tödlich beleidigt und du sitzt in einer Loge dabei und schnarrst wie ein dickes Schwein. Beinahe hätte ich ihn ins Gesicht geschlagen. Du wirst diesen Menschen sofort hinauswerfen, Freddy. Zu ihrem größten Erstaunen lachte er. Das habe ich nicht mehr nötig. Wenn heute Abend doch alles zusammenbricht, wird er auch dabei begraben. Was soll das heißen? fuhr sie ihn wütend an. Das heißt, dass ich weiterhin keine Verantwortung mehr für das Elko-Theater habe. Ich habe es nämlich verpachtet und das Stück verkauft. Sie drehte das Licht im Wagen an, um sein Gesicht besser sehen zu können. Was? Du hast das Stück verkauft? Ja. Mit allem, was drum und dran hängt, entgegnete er vergnügt. Die Sache hat 8.000 gekostet und morgen Abend habe ich einen Scheck über 12.000 Pfund in der Tasche. Ich habe keinen langen Vertrag mit dem Mann gemacht. Wir schreiben uns einfach kurze Briefe und damit ist die Sache erledigt. Wir zwei gehen dann nach Monte Carlo und vorher heiraten wir. Sie starrte ihn verblüfft an. Heiraten? Hat denn Alana? Freddy war äußerst zufrieden mit sich selbst. Ich habe mich damals mit ihr in Amerika trauen lassen. Das wusstest du wohl noch nicht. Und nun habe ich mich eben auch in Amerika wieder von ihr scheiden lassen. Die Geschichte hat 2.000 Dollar gekostet. Na, das war sie ja schließlich wert. Ich habe alles schlau eingefädelt. Als Alana nach Amerika ging, wurde ihr die Vorladung zum Prozess mit unbekannter Adresse zugestellt. Du weißt doch, was für einen Höllenspektakel sie bei einer Verhandlung gemacht hätte. Die Scheidungsklage wurde in ihrer Abwesenheit verhandelt und heute Morgen kam ein Telegramm von meinem Anwalt, dass die Sache erledigt ist. Bin ich nicht ein kluger Junge? Wann hat denn der Scheidungsprozess begonnen? Etwa vor einem Monat. Sie lehnte sich enger an ihn und streichelte seine Hand. Chefinspektor Rater ging am Abend zu der Uraufführung, obwohl er selbst mit dieser frivolen Handlungsweise nicht einverstanden war. Er traf Johnny Crew, der ihn kannte unten im Vestibül. Der junge Mann sah düster drein, denn er hatte in einem unüberlegten Augenblick das Stück gekauft. Er führte Mr. Rater zu dem kleinen Direktionsbüro und klärte ihn über die Lage auf. Mr. Rater, für den Geld eben Geld bedeutete, hörte ihm betroffen zu. Das sieht allerdings schlimm aus. Da sind Sie wohl hereingefallen, meinte er schließlich. Unglücklicherweise kann man ihn nicht einmal verhaften, weil er Ihnen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Geld abgenommen hat. Haben Sie den Vertrag schon unterschrieben? Johnny erklärte ihm, dass die Sache dadurch abgeschlossen werden sollte, dass er sein Einverständnis mit dem Brief Freddy Veins erklärte. Auf alle Fälle war er so schlau gewesen, einen Rechtsanwalt um Rat zu fragen. Es tut mir leid um sie, sagte Mr. Rater und diese Sympathie-Kundgebung deprimierte Johnny noch mehr. Es ist ja nicht gesagt, dass es ein absoluter Hereinfall ist, versuchte er sich selbst zu trösten. Das Stück kann immer noch durchgehen. Diane hat heute Morgen ein Telegramm von Alana erhalten. Sie wünscht ihr Glück zu der Uraufführung, aber es klingt recht komisch. Er suchte in seinen Taschen, fand das Formular und reichte es dem Redner. Alles Gute zur Uraufführung. Vergiss meinen alten Trick nicht und lasse die Privattür nach dem Bühnenausgang auf. Das bringt Glück. Was ist denn das für eine Privattür? fragte Mr. Rater. Johnny erwiderte ihm, dass aus dem Garderobenraum der Primadonna ein Privatgang auf die Straße führte. Elena hatte die Eigentümlichkeit, bei jeder Uraufführung diese Tür unverschlossen zu lassen, sodass sie sofort unbemerkt aus dem Theater gehen konnte, wenn das Stück beim Publikum eine schlechte Aufnahme fand. Natürlich hat sie die Tür niemals benutzen müssen, aber ich kann mich schon in ihre Gefühle versetzen, schloss er. Der Chefinspektor entgegnete darauf nichts. Nachher suchte er sich einen Endsitz in der Reihe aus, denn auch er wollte die Möglichkeit haben, das Theater zu verlassen, wenn ihm das Stück zu langweilig sein sollte. Diane saß in hoffnungsloser Verzweiflung in ihrem Garderobenraum. Seit einer Stunde war sie für den ersten Akt angekleidet, geschminkt und gepudert. Hilflos sah sie dem unausbleiblichen Misserfolg entgegen. Das Stück, die Musik, die Einstudierung, alles war schlecht. Ja, wenn sie in einem erfolgverheißenden Werk die Hauptrolle hätte spielen können, dann hätte sie eine Chance gehabt, sich die Gunst des Publikums zu erringen. Sie sah sich in dem luxuriös eingerichteten Raum um, der bis jetzt von Elsa benutzt worden war. Das Stück mochte vielleicht eine Woche lang auf dem Spielplan stehen, im günstigsten Fall einen Monat. Und Johnny musste dafür zahlen. Er war reich genug, dass er den Verlust verschmerzen konnte, aber trotzdem würde es ein schwerer Schlag für ihn sein. Sie fühlte, dass die ganze Verantwortung des Abends auf ihr ruhte. Plötzlich dachte sie an Alanas merkwürdige Warnung und klingelte der Garderobenfrau. Aber es ging heute wirklich alles verkehrt. Die Frau, die sie sonst betreute, hatte für den Abend abgesagt, weil sie krank geworden war. Ihre Stellvertreterin hatte dunkle Hautfarbe, graue Haare und trug außerdem ein Klebepflaster im Gesicht. Mein Alter hat mich so verprügelt, erklärte sie, aber Diane war nicht geneigt, auf die häuslichen Sorgen anderer einzugehen. Die Frau verstand jedoch ihre Sache aufs Beste. Haben sie draußen die Tür aufgeschlossen? Der Schlüssel hängt nicht am Haken, Miss Elena hat die Tür bei Premieren immer aufgelassen. Diane öffnete ihre Handtasche und gab der Garderobenfrau den Schlüssel. Sie verschwand, kehrte aber sofort zurück und legte den Schlüssel wieder auf den Tisch. Ist doch merkwürdig, was die Schauspielerinnen oft für Schrullen haben, sagte sie mit ihrer heiser, krächzenden Stimme. Übrigens hat jemand eine Flasche Sekt für sie geschickt. Ich glaube bestimmt, dass es Mr. Crew war. Er sagte, sie müssten sich Mut antrinken, bevor sie heute Abend auf die Bühne gehen. Nein, ich will nichts trinken, entgegnete Diane müde und abgespannt. Aber das ist sicher gut, dann werden sie wieder lustig und frisch und vor allem wünscht es Mr. Crew. Ohne Diannes Zustimmung abzuwarten, öffnete sie die Flasche und schenkte ein Glas ein. Eine halbe Stunde saß sie am Tisch und starrte vor sich hin. Schließlich klopfte der Inspezient an die Tür und rief ihren Namen. Sie erhob sich und trat hinaus, aber sie hatte nicht das Gefühl, dass sie selbst es war, die so leicht und fröhlich den Gang zur Bühne herunter eilte. Johnny erschien erst um acht in seiner Loge, kurz bevor der Vorhang aufging. Er war höchst peinlich berührt, als er Elsa in der nächsten Loge entdeckte, denn seiner Meinung nach hätte sie wenigstens so taktvoll sein können, sich an diesem Abend nicht im Theater zu zeigen. Waren doch auf den Programmen besondere Zettel aufgeklebt worden, die jedermann mitteilten, dass Miss Elsa Forsent infolge einer schweren Indisposition nicht auftreten könnte. Johnny Crew erhob sich und ging zu Freddy's Loge, um wenigstens noch etwas aus dem allgemeinen Schiffbruch zu retten. Mr. Wayne traf ihn an der Tür und hörte ihm mit zusammengekniffenen Augen zu. Es tut mir leid, aber als ich ihnen das Stück verkaufte, habe ich mich nicht verpflichtet, dass Miss Forsent die Rolle spielen würde. Sie ist wirklich nicht disponiert und heute Abend nur erschienen, um sich dem Publikum zu zeigen. Der Doktor sagte, dass ihre Nerven vollständig zusammengebrochen sind. Er hat ihr einen Aufenthalt an der Riviera verordnet. Aber das Stück ist all right. Lassen Sie sich bloß nicht von dem alten Dowell den Kopf verdrehen. Außerdem ist es doch eine glänzende Chance für ihre Freundin. Sie wird heute einen Bombenerfolg haben. Er schlug Johnny jovial auf die Schulter und Mr. Crew musste sich zusammennehmen, um nicht dasselbe noch etwas herzhafter zu tun. Als er wieder in seine Loge kam, hob sich gerade der Vorhang. Die Overtüre war schwach. Selbst der beste Kapellmeister hätte mit der Musik des Aristokraten nichts anfangen können. Das Publikum wurde unruhig. Auf der Galerie räusperteten sich die Leute und husteten. Mr. Jevons, der den Takt stockschwang, wurde nervös und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Seine Unsicherheit teilte sich natürlich sofort dem Orchester mit. Die erste Szene war ohne Witz und Geist geschrieben und Johnny stöhnte in seinem Sessel. Begrüßt von einem Tusch, in dem die besten Motive der Komposition vereinigt waren, erschien schließlich Diane auf der Bühne. Sie sah Elena wirklich täuschend ähnlich. Einen Augenblick herrschte atemlose Stille im Haus, aber als das Publikum die große Ähnlichkeit mit der berühmten Schauspielerin erkannte, wurde Diane mit donnerndem Applaus empfangen. Sie geriet in leichte Verwirrung, lachte nervös, verneigte sich und begann zu singen. Sie glich Elena vollkommen in ihrem lebhaften Temperament, in aller Gewandtheit des Auftretens. Das war Alanas herrliche Stimme, das war Alanas beschwingter tänzerischer Gang. Nach der ersten Szene wollten die Hervorrufe kein Ende nehmen. Johnny Crew sah zu Freddys Loge hinüber. Mr. Wayne saß kreidebleich und mit offenem Mund in seinem Sessel. Wie durch einen geheimen Zauber hatten sich auch die Schauspieler wieder gefasst und gesammelt. Die Begeisterung und der Elan der Hauptdarstellerin teilten sich dem ganzen Ensemble mit. Die ersten Szenen gingen wie im Flug vorüber. Johnny bemerkte, dass jetzt viele Leute die aufgeklebten Zettel auf den Programmen studierten. Sicher beschäftigte alle die Frage, wer wohl diese Diane Donald sein mochte. War das ein neuer Name, unter dem Alanna selbst wieder auftrat? Hatte sie sich wieder mit ihrem Mann ausgesöhnt? Die dritte Szene spielte im Inneren eines Blockhauses und Diane erschien im Kostüm eines Cowboys. Es entspann sich ein hitziger Dialog zwischen ihr und ihrem Gegenspieler und plötzlich zog sie eine lange Pistole aus dem Gürtel. Sie hatte auf ihren Partner zu schießen, dem dann durch einen Theater-Trick der Hut vom Kopf gerissen werden sollte. Sie sah aber gar nicht auf den Schauspieler, sondern wandte sich zu einer Loge, zögerte eine Sekunde, hob die Pistole und drückte ab. Freddy fiel getroffen vornüber auf die Brüstung der Loge. Im nächsten Augenblick herrschte Wüstes durcheinander. Eine Frau schrie entsetzt auf, bevor Johnny Freddys Loge erreichen konnte, ging der Vorhang nieder. Er hob Mr. Wayne auf und legte ihn auf die Erde. Freddy atmete schwer, aber ein Blick sagte Johnny, dass die Wunde nicht lebensgefährlich war. Ist er tot? Der Chefinspektor beugte sich über den Mann und untersuchte ihn schnell. Wie komme ich auf die Bühne? fragte er dann rasch. Es war ein Zufall, erwiderte Johnny. Diane war nervös. Wie komme ich auf die Bühne? drängte Mr. Rater. Crew brachte ihn die enge Treppe hinunter und führte ihn durch eine Stahltür. Die Schauspieler waren in heller Aufregung. Nur der Regisseur hatte den Kopf nicht verloren und an ihn wandte sich der Chef Inspektor. Miss Donald ist in ihre Garderobe gegangen und hat die Tür verschlossen, sagte Mr. Dowell. Zeigen Sie mir den Weg dorthin, entgegnete der Redner kurz. Als sie an die Tür kamen, überzeugte sich Mr. Rater, dass sie von innen verriegelt und verschlossen war. Obwohl er lange klopfte, meldete sich niemand. Der Theatertischler war bereits auf der Bildfläche erschienen und trug ein Stemmeisen in der Hand. Ich dachte, das könnten wir brauchen, meinte er. Vor ein paar Minuten habe ich schon versucht, die Tür aufzumachen. Unter Anweisung Mr. Raters schlug er die Füllung ein, dann steckte der Redner schnell die Hand durch die Öffnung und schloss die Tür von innen auf. Dianes Ankleideraum war leer. Auf dem langen Tisch unter dem Spiegel lagen Schminkstifte und Puderquasten und unter vielen Schönheitsmitteln standen auch eine Sektflasche und zwei Gläser. Das Kostüm, das die Schauspielerin noch eben auf der Bühne getragen hatte, lag auf dem Boden, als ob sie es gerade abgestreift hätte. Aber von Dianne selbst war nichts zu sehen. Ein Samtvorhang versteckte eine kleine Nische und Mr. Rater zog ihn schnell zurück. Auf dem Boden lag Dianne und schlief. Sie war sorgfältig zugedeckt und hatte ein Kissen unter dem Kopf. Als der Redner die Decke wegzog, sah er, dass sie das Kostüm der ersten Szene trug. Er ging zu dem Tisch zurück und roch an den Gläsern, in denen noch etwas Sekt war. Sie ist betäubt worden, sagte er nur kurz. Holen Sie einen Arzt. Wo ist denn die Garderobenfrau? Aber sie war verschwunden. Der Bühnentischler zeigte dem Redner auf sein Verlangen den Privatgang, der zur Straße führte. Durch eine Tür, die anscheinend zu einem Kleiderschrank gehörte, kam man in einen engen Korridor mit weiß gekalkten Wänden, der vor einer schweren Tür endete. Als Rater dagegen drückte, öffnete sie sich, denn sie war nur angelehnt. Er trat ins Freie und befand sich in einer Nebenstraße. Während der Vorstellung hatte es geschneit und er konnte deutlich die frischen Spuren eines Autos erkennen. Als er seine Nachforschungen beendet hatte, war auch Diane durch die Bemühungen des Arztes wieder zum Bewusstsein gekommen. Es war nur ein harmloses Betäubungsmittel, erklärte der Doktor, aber ich möchte den Sektrest doch untersuchen. Freddy war inzwischen zum Hospital geschafft worden und das Publikum hatte sich zerstreut. Johnny saß ängstlich neben Diane, die ganz erstaunt um sich schaute. Der Redner rief nach einiger Zeit im Hospital an und erhielt günstige Nachricht. Sie werden Diane doch nicht verhaften, fragte Johnny ängstlich. Es war doch Johnny schaute ihn entsetzt an. Aber Mr. Rater, das ist eine ungeheuerliche Anklage. Diane hat den Mann doch kaum gekannt. Elena kannte ihn aber sehr gut, erwiderte Mr. Rater grimmig. Wayne hat sich ihr gegenüber auch wirklich gemein und unentschuldbar benommen, als er sich durch einen Trick von ihr scheiden ließ. Er hat sich übrigens schon wieder so weit erholt, dass er Elsa Forsent sein Leid klagen kann. Wo ist denn die Garderoben Frau geblieben? Haben sie die gefunden? Nein, nach der brauchen wir auch nicht mehr zu suchen. Elena ist wirklich eine vorzügliche Schauspielerin und sie hat schnell gearbeitet. Sie muss mit dem Flugzeug von New York nach London geflogen sein und die Rückreise wird sie genauso bewerkstelligt haben. Später berichtete Diane, was sie über die Sache wusste. Sie konnte sich nur noch darauf besinnen, dass sie Sekt getrunken hatte. Von da ab hörte ihre Erinnerung auf. Johnny erzählte ihr, was Mr. Rater gesagt hatte und sie sah ihn ernst an. Mr. Rater lässt mir also die Wahl, entweder die Polizei auf Elena zu hetzen oder die Sache für einen Unglücksfall auszugeben. Nun gut, es war ein Unglücksfall, aber ich bin jetzt fertig mit dem Theater. Auch Johnny war fertig mit den Brettern, die die Welt bedeuteten. Er hatte bereits den Scheck über 12.000 Pfund in kleine Stücke zerrissen. Die Untertitelung des ZDF, 2020